Oh, das ist ein Nightmare. Enclosed, no textured polygons. Alter, was ist das? Da, hinter dem... Klöbigen Bett. Aha! Oh, gruselig! Äh, was muss ich tun? Hä? Aktivetti-Story-Mode? Ach du Scheiße! So eine Kopfverwirrung... Ja genau, das war nicht mal berührt, du kleine Bitch. Last... Teddy's Last Distance. Alter! Jetzt Story-Mode! Mal gucken! Guck, 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 guck! Habe ich jetzt den Teddy aufgesammelt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich vielleicht auch hinsetzen soll. Oh, ich bin an dem Teddy vorbeigefahren. Uh... Ey... Bun-Bullshit! Fucking... Bun-Bullshit! B-Bullshit! Fucking... Bun-Bullshit! Das realisiere ich jetzt erst. Wo soll es denn hier eine Story geben? Wahrscheinlich war es, glaube ich, links. Aber ich konnte da nicht hingucken, weil ich musste ja mich auch auf den Scheiß hier vorne konzentrieren. Ja, wie soll ich denn an den... Ach komm, den Teddy, den hätte ich kriegen müssen. Hätte ich. Hätte, hätte, Fahrradkette. Bullshit. Fucking bullshit. Fucking fuck last bullshit. Wie soll ich denn überhaupt... Ach. Ja, Leute, das ist ein 2-Euro-Spiel. Ein verdammter verschissener 2-Euro-Titel. Ich habe da wieder nicht hingeguckt. Oh, genau. Ja, das war jetzt mein Fehler. Der Baum, der war definitiv da. Fuck, ich will keinen Time-Trail. So kann ich eigentlich keine fucking Controller benutzen. Fuck. Los, Story-Mode. Die Mocke gebe ich mir jetzt auch schon auf Nüsse. Ja, wie geil, dass das Spiel jetzt auch gebackt ist. Ich mich hin und her bewegen kann, aber... Das Spiel nicht registriert, dass ich mich bewege. Aber jetzt scheint es zu gehen. Jetzt scheint es zu gehen. Ich habe schon gar nicht geguckt, ob da rechts was... Ach man, links. Aber ich glaube, es war bestimmt nur ein von den Riesenviechern, die da ab und zu ranzeln. Ja, den Teddybär hätte ich eigentlich kriegen müssen, aber... Ah, boah. Ah, boah. Uh, uh. Uh, was? Wie? Ach, eine Straße. Okay. Was zur fucking Hölle war das? Was zu geil ist das? Flattrige, flattrige... Scary-Movie-Masken mit... Ach, keine Ahnung. Hallo? Über das komische blaue Hörnchen-Kügelchen bin ich... Ach, komm. Fässer fliegen auch. Oh, es ist so spannend. Oh, es ist so spannend. Uh. Ja, oh. Alter, das war eine ganz linke Nummer. Alter, jetzt hier. Oh, ich stecke ja fest, die Mucke, die lupt die ganze Zeit immer wieder von vorne, ey. Äh, die werden ja auch immer einfallsreicher, die. Ja, hab mir fast gedacht. Oh, ich hab in you right. Ja, den... Was? Alter, was nicht verarschen. Okay, los geht's, los geht's, los geht's, ich soll... Da, er schießt mich bei. Ach komm, weißt du was, fick dich, ey. This and Nightmare. Zwei Euro auf Steam. Kauf's jetzt, oder... lass es sein. Ja, nein. 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 Tschüss. Ich will nicht mehr. Fickt euch.